Die Schäfer Werke Gruppe steht als Familienunternehmen mit über 1100 Mitarbeitenden in diversifizierten Geschäftsbereichen seit 1937 für Kompetenz und Innovation in der Stahlverarbeitung. Schäfer Container Systems IBC mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland und moderner Fertigung in der Tschechischen Republik ist der zuverlässige Partner, wenn es um Container und Sonderbehälter aus Edelstahl für Flüssigkeiten und Schüttgüter geht. Eine der großen Stärken der Schäfer Container Systems ist ein umfangreiches und sehr schnell lieferbares Sortiment in Größen bis zu 3000 Litern. In runder und kubischer Form oder auf Palettenmaß konzipiert, variabel in Bauform sowie Einsatzgebiet. In der Handhabung praktisch und durchdacht. Sämtliche Container sind stapel- und kranbar, lassen sich platzsparend lagern und rückstandslos hygienisch reinigen. So einfach und unkompliziert unsere Container im Handling sind, stecken sie dennoch voller Innovationen. Rührwerke in unterschiedlichen Ausführungen, digital gesteuerte Heizsysteme, die Flüssigkeiten bei bis zu 120 Grad stabil temperieren oder auch Ionen-Austauscherbehälter für Filtermedien zur Wasserenthärtung. Sollte keiner unserer Standardcontainer als Lösung passen, bieten wir auch individuell geplante und gefertigte Behältersysteme an. Durchdachte und präzise Planung mit einem Höchstmaß an Erfahrung ist die Voraussetzung für den Erfolg von Individualprojekten unserer Kunden. Individuelle Wünsche werden gemeinsam mit unseren Kunden geplant, bevor sie in unsere Produktion übernommen werden. Dank kurzer Wege und einer optimalen Infrastruktur innerhalb der Schäferwerke-Gruppe bevorraten unsere Edelstahl- und Kleinteillager stets genug Material, um jederzeit schnell und ohne Lieferengpässe zu fertigen und eine prompte Auftragsabwicklung zu garantieren. An unseren Produktionsstandorten modernste Anlagen, formgebendes Tiefziehen, Schweißen, Schleifen, Röntgen. Roboter unterstützte Produktion in vielen Herstellungsphasen. Wenn Maschinen an ihre Grenzen kommen, sind unsere erfahrenen Mitarbeiter gefragt. Sie machen unsere Produkte zu dem, was sie sind. Hochwertig, sicher und absolut zuverlässig. Unsere Kunden sind in diversen Industriezweigen und Branchen zu Hause. Getränke und Lebensmittel, Chemie und Pharmazie, Entsorgung und Wasseraufbereitung sind nur einige davon. Flüssigkeiten, Säuren und Gel, Pulver und Granulat bis hin zu Sprengstoff für zivile Anwendungen. Unsere Industriecontainer sowie Variotainer erfüllen dabei höchste Ansprüche an Produktion, Transport und Lagerung. Unsere Systeme besitzen UN-Zulassungen für Gefahrgut oder erfüllen die strengsten Vorgaben der Druckgeräte-Richtlinie. Durch die konsequente Unterstützung effizienter Kreislaufwirtschaft mit langlebigem Edelstahl und die Reduzierung von Kunststoffen vermindern wir unseren CO2-Ausstoß deutlich. Wir helfen aktiv dabei, Bewusstsein für Mehrweglösungen zu schaffen. Wenn es um Containerlösungen geht, spielen wir europaweit eine führende Rolle. Erfahrung, Hightech und Kompetenz vereinigen sich in einem Namen. Schäfer Container Systems.